Ein heftiger Flash Crash bei Bitcoin. Wir sind bis auf 40.000 US-Dollar runtergefallen. Über 1,7 Milliarden US-Dollar wurden aus dem Markt gespült und sind an Open Interest verbrannt worden. Die Liquidationswelle ist die größte seit über einem Jahr und wir werden auf die aktuelle Situation eingehen, vor allem auch über die Ursachen sprechen. In erster Linie ein Report, wo es darum geht, dass die Bitcoin-Spot-ETFs allesamt abgelehnt werden könnten. Was steckt dahinter? Wie wahrscheinlich ist das Ganze? Und Michael Saylor wird Micro-Strategy-Aktien in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar verkaufen. Auch dadurch wurde ein wenig Panik betrieben. Auch darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Falls dir dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Dann verpasst du hier keine weiteren Videos mehr und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bitcoin handelt gerade bei 42.300 US-Dollar. Wir sind in die Spitze auf knapp 40.000 US-Dollar gefallen. Natürlich der gesamte Markt jetzt im roten Bereich. Auch die Altcoins müssen drunter leiden. Und die, die natürlich in den letzten Tagen gut performt haben oder sogar Bitcoin outperformen konnten, verlieren hier noch mehr am Boden. Solana hier wieder unter die 100-Dollar-Marke gefallen. ADA auch über 10 Prozent im Minus. Und wir haben noch gestern über die Tatsache gesprochen, dass sehr viele Long-Positionen hinzugekommen sind, weil wieder sehr viel FOMO im Markt war. 1,3 Millionen US-Dollar ist das Open-Interest ja gestern alleine schon gestiegen. Und ein Rücksetzer in dem Fall wäre nicht ungesund gewesen. Und jetzt genau haben wir das erlebt. 1,7 Milliarden US-Dollar wurden aus dem Markt gespült. Natürlich in erster Linie Long-Positionen, die da liquidiert worden sind. Wenn man sich hier die letzten zwölf Monate mal sich anschaut, ist das der höchste Wert an Long-Liquidierung. Wir hatten hier Anfang Dezember auch viele Long-Liquidierungen, aber das hat das Ganze nochmal übertroffen. Also sehr viele Leute, sehr viele Akteure sind auf dem falschen Fuß erwischt worden. Und die große Frage ist natürlich, wo kam jetzt hier dieser Verkaufsdruck? Was war der Auslöser? Zum einen kann man darüber argumentieren, ob der Bericht über eine mögliche Ablehnung des Bitcoin-Spot-ETFs eine Rolle spielt. Dazu kommen wir gleich. Aber auch technisch gesehen spielt es natürlich eine Rolle. Erstens natürlich Spot-Volumen komplett durch die Decke gegangen. Es scheint so, als hätte jemand oder größere Akteure hier Spot-Bitcoin verkauft und dadurch halt diese ganzen Long-Positionen liquidiert. Es war offensichtlich, dass genau das möglich ist, weil sehr viele Positionen halt mit Long aufgestellt waren, mit sehr großem Hebel aufgestellt waren und bei einer kleineren Bewegung nach unten hat das dann zu einem Long-Squeeze geführt, wo diese ganzen Long-Positionen aus dem Markt gespielt worden sind. Im Voraus ein weiterer Indikator. Ich habe es gestern noch auf Twitter gepostet. Jim Cramer wurde sogar bullisch gegenüber Bitcoin. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Wenn man sich das jetzt mal hier im Chart anschaut, war es wieder ein perfekter Sell-Indikator. Und man macht sich immer wieder lustig darüber, dass Jim Cramer immer falsch liegt und man immer das Gegenteil tun sollte. Aber er ist auch ein Symbol dafür, wie die breite Masse tickt. Er ist jemand, der mehr ein Entertainer als ein Analyst ist, der sitzt bei CNBC und haut irgendwelche Phrasen raus. Und er ist immer der Letzte, der es dann ja auch auf dem Schirm hat. Bitcoin läuft gut. Okay, ich haue jetzt ein paar Sprüche raus, sagt Bitcoin ist toll, Bitcoin kann man nicht aufhalten. Und genau an diesem Zeitpunkt ist es dann meistens zu spät. Und genau das haben wir jetzt hier wieder erleben dürfen. Abgesehen von der ETF-Thematik, die vielleicht für ein bisschen Verunsicherung gesorgt haben könnte, hat aber auch technisch einiges dafür gesprochen, dass wir genau diese Entwicklung hätten sehen können schon im Voraus. Und das ist jetzt nicht im Nachhinein. Das sind die Reports und die Analysen von uns, von Macro Vision Research aus dem Pro Report. Dieser Bericht hier ist vom 27.12, wo wir noch bei 42.000 US-Dollar waren. Und da hatten wir hier als Target genau diese über 45.000 US-Dollar orangene Box. Das war das, was wir gestern gepostet haben, dass wir genau hier reingelaufen sind und dass eine Korrektur hier auf etwa 41.100 bis 40.100 wahrscheinlich wäre. Und genau das ist jetzt passiert. Man könnte das Ganze natürlich jetzt auch positiv sehen. Die Long-Positionen wurden aus dem Markt gespült. Die überhebelten Apes, die irgendwie hinterherlaufen wollten, sind jetzt hier raus aus dem Markt und müssen sich vielleicht wieder neu aufstellen. Der Markt kann jetzt wieder gesünder nach oben steigen, falls wir diese Level teilten. Wir haben jetzt genau diese Marke hier getroffen. Und wenn das Ganze hält, wäre es sogar sehr bullish, wenn wir hier diese Korrektur mit so einer schönen Bestätigung hier wieder nach oben abarbeiten könnten. Falls euch das Ganze hier interessiert mit Macro Vision, ihr könnt das Ganze kostenlos 14 Tage lang testen. Da bekommt ihr auch Zugang zum Premium-Kanal, wo wir unsere Recherchen in Echtzeit mit euch teilen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, komplett kostenlos 14 Tage. Und dann könnt ihr euch selber davon ein Bild machen und euch auch die Reports dann in Ruhe durchlesen. Eine Meldung, die schon gestern Abend für Verunsicherung gesorgt hat, war diese hier von Michael Saylor. Das war auch aber eigentlich keine neue Information, aber jetzt nochmal durch offizielle Filings bestätigt, dass er über 200 Millionen US-Dollar an MicroStrategy-Aktien verkaufen möchte. Insgesamt 315.000 Stück an Aktien von MicroStrategy. Und da wurde natürlich von Leuten, die negativ gegenüber Bitcoin eingestellt sind, direkt Panik betrieben. Michael Saylor möchte jetzt hier sein Geld rausziehen. Er hat schon genug Profit mit Bitcoin gemacht etc. Er hat sich selber in einem Interview auch dazu geäußert. Er hat gesagt, diese Aktion, dieser Verkauf ist in erster Linie, um persönlichen Verpflichtungen nachzukommen und auch teilweise in Bitcoin privat zu investieren. Auf der einen Seite haben wir die Kritiker, die gesagt haben, er möchte aus Bitcoin raus sozusagen. Auf der anderen Seite natürlich die Bitcoin-Befürworter, die gesagt haben, er möchte jetzt mit 215 Millionen US-Dollar Bitcoin kaufen. Irgendwo liegt da in der Mitte die Wahrheit wahrscheinlich. Er wird nicht das gesamte Geld dafür nutzen, um in Bitcoin zu investieren. Ein Teil, das kann eine Million sein, das können aber auch 150 Millionen sein. Das werden wir erstmal nicht wissen. Fakt ist, er wird diese Anteile von MicroStrategy verkaufen. Aber er sagt es auch hier, nach dem Verkauf hat er immer noch eine beträchtliche Menge seines Portfolios in MicroStrategy. Und er ist auch weiterhin optimistisch in Bezug auf den Weg von MicroStrategy. Also auch da braucht man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Ist auch irgendwo legitim. MicroStrategy liegt mit seinen Bitcoin-Positionen über 2 Milliarden im Plus. Dass Michael Saylor vielleicht auch mal Profite für sich privat nehmen möchte, ist halt nicht verwerflich, meiner Meinung nach. Gibt es einen Paukenschlag in Sachen Bitcoin-Spot-ETF? Und es droht sogar eine Absage durch die SEC, obwohl ja eigentlich jeder davon überzeugt ist, dass wir bis zum 10. eine Zulassung bekommen werden. Diese Frage wurde heute heiß diskutiert, allen voran, weil es verschiedene Berichte gleichzeitig irgendwo auch gab, die genau dieses Szenario diskutiert haben. Allen voran hier der Report von Matrixport, die hier titeln, warum die SEC erneut alle Bitcoin-Spot-ETFs ablehnen wird zum 10. Januar. Und auch der ETF-Experte von Bloomberg, Eric Balch, und das hat nochmal in einem Interview gesagt, sie sehen immer noch eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass eine Ablehnung stattfinden könnte. Sie sagen aber auch, das ist ganz wichtig, dass das keine endgültige Ablehnung sein wird, falls es zu einer Ablehnung kommt, sondern das wäre dann nur der Fall, wenn die SEC einfach noch mehr Zeit benötigt. Auch in dem Report vom Matrixport geht es genau um diese Tatsache, dass einige regulatorische Sachen einfach noch nicht soweit sind und deswegen die SEC das Ganze ablehnen könnte und die Zulassung dann in Q2 kommen könnte. Das hat natürlich viele Leute verunsichert. Aus meiner Sicht darf man natürlich dieses Szenario nicht vergessen. Man darf sich bei nichts 100% sicher sein. Es kann eine Ablehnung stattfinden. Man kann nochmal argumentieren, nein, wir brauchen nochmal Zeit. Auch wenn die Wahrscheinlichkeiten niedrig sind, darf man dieses Szenario aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht vergessen. Beim Matrixport muss man aber sagen, schaut euch mal an, das sind ja von gestern die beiden Reports, die sie rausgehauen haben. Einmal das, was ich euch gerade gezeigt habe und einmal das hier, Bitcoin Spot ETF Zulassung steht kurz bevor. Bitcoin könnte auf 50.000 US-Dollar steigen. Also so kann man es auch sich einfach machen. Beide Richtungen hier einmal auflisten und sagen, am Ende des Tages hatten wir auch recht. Ich persönlich sehe die Wahrscheinlichkeit auch äußerst gering an, dass das Ganze abgelehnt oder vertagt wird. Aber wie gesagt, dieses Szenario darf man halt nicht außer Acht lassen, weil es einfach nicht gleich Null ist, diese Wahrscheinlichkeit und dass das halt trotzdem stattfinden kann. Also eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit gibt es halt nicht. Eine Sicherheit gibt es dann nicht. Auch K33 Research sagt hier, dass wir eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit haben. Also es ist so ein bisschen auch Bingo, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Im Endeffekt für euch wichtig, dass man da halt dieses Szenario im Kopfbar überhalten sollte. Eric Balchner hat danach, nach diesen ganzen Reports auch nochmal gesagt, er hat kein Indiz dafür, dass eine Ablehnung stattfinden könnte. Also sie haben nichts gehört, was dafür sprechen könnte. Und wir haben auch natürlich hier solche Aussagen, die Investmentbank TD Coven sagt beispielsweise, der Spot ETF wird bis zum 10. Januar genehmigt, da dies eine politische Notwendigkeit sei. Und das ist auch ja meine Meinung schon länger gewesen, politisch gesehen. Eine Ablehnung kaum vorstellbar, weil einfach schon vorher so viel passiert ist gegen die SEC. Die haben den Gerichtsfall gegen Grayscale verloren. Sehr viel Druck gegenüber die SEC und vor allem auch gegenüber Gary Gensler. Und deswegen ist es halt unwahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht, um mal hier das Ganze nochmal zusammenzufassen, dass das irgendwie der Grund war, dass wir hier gedammt sind. Ich glaube, wir hatten viele technische Faktoren. Wir hatten die Tatsache, dass wir überhebelt waren im Markt und dass eine Korrektur auch wirklich überfällig war. Wenn wir hier mal ein bisschen rausgehen, was für Bewegungen haben wir hier in den letzten Wochen gesehen, ohne eine größere Korrektur. Und wenn wir das mal in Relation setzen, ist diese Korrektur immer noch nicht groß. Wenn wir hier uns das Ganze mal anschauen, hier seit September einfach komplett hochmarschiert. Und im Endeffekt sind wir immer noch in der Range drin, wo wir Mitte Dezember auch waren. Also was Großes jetzt nicht passiert ist. Es wurden viele Positionen liquidiert. Das sehen wir hier auch nochmal. CBD ist komplett eingebrochen. Also sehr viel verkauft worden, sehr viel Geld verbrannt worden durch die überhebelten Positionen. Aber wir haben ja das Ganze auch in der Liquidation Heatmap uns angeschaut. Auch hier die Liquiditäten abgeholt, laut der Heatmap. Und auch in meinem Indikator hier habt ihr es ja gestern noch gesehen, dass wir keine Short-Position hatten, die wir hätten liquidieren können. Stattdessen haben wir die ganzen Long-Positionen abgeholt. Und jetzt gibt es hier Short-Positionen, die wir liquidieren könnten, bis auf über 46.000 US-Dollar. Also vielleicht einfach nur eine gesunde Korrektur. Und jetzt nochmal mit einem neuen Anlauf weiter nach oben. Dafür müsst ihr natürlich hier dieses Tief halten, was wir heute gebildet haben. Falls du auch aktiv traden möchtest über die Future-Märkte, ich tue das Ganze über BingX mit einer der größten Börsen weltweit nach Volumen und vor allem die günstigste Börse. Auf anderen Börsen zahlt dir 50% mehr Gebühren und auch laut TradingView die beste Börse der letzten beiden Jahre. Falls euch das Ganze interessiert und ihr noch 10% weniger Gebühren haben möchtet, schaut gerne hier unten in die Videobeschreibung rein. Damit holt ihr euch die beste Boni ab und den Gebührenrabatt und unterstützt hier auch noch den Kanal. Das war auch schon das Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir Mehrwert bieten. Falls ja, lasst gerne hier noch einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, dann verpasst du hier keine weiteren Updates mehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.